Entschuldigen Sie, hätten Sie ja einen Augenblick Zeit? Kommt drauf an, was Sie von mir wollen. Wir haben da eine Gegenüberstellung auf der Wache. Der Inspektor will einen schweren Jungen überführen. Wir brauchten noch zwei, drei Männer ihrer Größe. Ist gut, wird sicher Mordspaß werden. Betrachten Sie mich als verhaftet oder was Sie wollen. Gut, komm. Wer? Welche? Der hier. Bist du sicher? Ja. Was halten Sie von der Sache, Inspektor? Na ja, das Mädchen hat sich offenbar in einem herausgepickt. Ich weiß nicht. Ja. Man hat ihn zu einer Gegenüberstellung geholt, bei der Polizei. Ist es endlich soweit? Aber man hat ihn als Täter identifiziert. Was sagen Sie denn dazu? Na, da siehst du es. Es muss doch was Wahres dran sein an der Geschichte. Warum haben Sie die Mädchen angesprochen, Mr. Bellos? Ich Ihnen. Das ist doch nichts Schlimmes dabei, oder? Nein, nein. Wir müssen uns nur nachprüfen. Hören Sie, hat das was mit der anderen Sache zu tun? Wir sind gezwungen, jede Einzelheit zu untersuchen, Mr. Bellos. Sagen Sie, sehe ich aus wie einer, wer sowas tut? Wie sieht denn so einer aus? Sicher nicht wie ein ordentlicher Mensch. Jemand wie Sie oder ich käme ja gar nicht in Frage. Einer... In das구요 mal sehr. Einer...